Die Sendung wird unterstützt von Spiecher Handwerk AG. Ihr Fachgeschäft für Naturfaserkleider. spiecher-handwerk.ch Do something in real life ist unsere Motivation. Die Leute weg vom Computerspielen, vom Handy zu bringen und dieses real life kennenzulernen. Draußen was mit Freunden zu unternehmen, aktiv zu werden, kreativ zu werden. Ich finde es einfach immer voll krass, wenn man sich sowas überlegt und am Anfang so einen Gedanken hat, ob das jemals halt funktioniert. Ich finde so Zwilling zu sein eigentlich so die krasseste Beziehung fast, die man haben kann, wenn man auch seine ganze Vergangenheit teilt. Es ist im Laufe der Zeit immer größer geworden. Wir haben immer mehr Sachen erreicht. Eins der Highlights war das U-Boot aus Badewannen, was wir gebaut hatten. Das ging richtig ab auf YouTube. Und dann natürlich die fliegende Badewanne. Ich habe jetzt, glaube ich, vor etwa einem halben Jahr meine dritte Krebsdiagnose bekommen. So einen Befund habe ich in den jetzt 35 Jahren, in denen ich das mache, noch nie gesehen. Es ist mega schwer für uns alle. Man will seinen besten Freund so nicht sehen. Ich lege das so in Gottes Hände und ich vertraue darauf, dass er mich da durchstreckt und dass er mein Arzt ist. Weil eine andere Wahl habe ich ja irgendwie auch nicht. Hoffnung hat er auf jeden Fall noch, aber ich glaube Zweifel bestimmt auch. Ich muss ganz klar sagen, dass die Krankheit schon mich krass verändert hat. Dass ich das Leben aus einer ganz anderen Perspektive irgendwo betrachten kann. Gerade dieses vom Ende her betrachten, sich bewusst zu machen, dass wir alle sterben. Vielleicht habe ich doch einfach Angst, das alles zu verlieren. Was ich an Philipp so krass finde, ist, dass er im Angesicht des Todes eben nicht mehr auf sich selbst schaut und sagt, okay, was für Wünsche will ich noch in diesem Leben abklappern, sondern viel mehr auf seine Freunde schaut und auf die anderen Menschen. Ich mache die Doku nicht, weil ich jetzt sagen will, boah, ich bin so ein geiler Typ, ich bin so stark irgendwie. Weil das bin ich wirklich nicht. Und von mir aus würde ich, glaube ich, nur noch in meinem Zimmer liegen und denken, boah, mein Leben macht überhaupt keinen Sinn so. Aber Gott ist grösser. Wenn er noch einen Plan für mich hier auf der Erde hat, solange er den Plan hat, würde er mich dadurch tragen. Und das ist voll schön einfach zu wissen. Und das mache ich mir dann jeden Morgen auch echt so bewusst. Ich bin jetzt da in Deutschland in die Funkstadt bei Frankfurt, in der Nähe von dort, wo der Philipp und Johannes Mickenbecker aufgewachsen sind. Und ich laufe durch das mittlerweile riesige Areal, wo die Real-Life-Guys ständig am neuen Projekt ausgetüftet sind. Und wo natürlich auch der Philipp amix kreativ am Werken gewesen ist. Vor knapp drei Jahren habe ich die Mickenbecker-Zwilling in der Schweiz schon mal getroffen für eine Sendung. Vor dem Dreh haben wir zusammen Pizza gegessen. Und ich habe Philipp dann gefragt, ob er dabei wäre, in einem Jahr nochmal eine Sendung mit uns zu machen für ein Update. Und mir geht es jetzt noch an, was er dort gesagt hat. Ja klar, wenn ich dann noch da bin. Drei Monate später ist Philipp dann gestorben. Johannes und seine Freunde rund um die Real-Life-Guys haben Philipp bis im Tod begleitet. Und sie haben den ganzen Sterbeprozess auch immer mit ihrer Community auf Social Media geteilt. Ich möchte gerne wissen, wie es Johannes heute geht, der mit dem Tod von Philipp seine beiden Geschwistern verloren hat. Und wie geht echt Janett, Philipp seine beste Freundin, mit dem Verlust um? Ich treffe zuerst Johannes und nachher kommt dann auch noch Janett dazu. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, Johannes Mickenbecker. Danke, dass wir hier sein dürfen im Real-Life-Guys-Haus. Und es sind einige Jahre vergangen seit unserer Begegnung. Damals waren wir noch mit deinem Bruder zusammen. Ich habe mich so gefreut auf diesen Moment und jetzt ist er da. Wenn deine Gedanken zu Philipp gehen, so im Alltag, weiß nicht, wenn das letzte Mal das der Fall war, was verbindest du mit ihm vor allem? Ich glaube, es ist echt ziemlich oft so, dass ich im Alltag so darüber nachdenke, wie es jetzt wäre, wenn Philipp dabei wäre. Ich glaube, dass ich schöne Momente habe, wo ich denke, das wäre jetzt cool, wenn Philipp das einfach auch miterleben würde. Ich glaube, das, was ich am meisten vermisse oder was mir am meisten fehlt, ist, dass ich mit Philipp jemanden hatte, der irgendwie die gleichen Gedanken hatte, so wie ich. Und da ich oft auch sehr, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen verrückte Gedanken habe, fehlt mir das dann, dass nicht jemand da ist, der irgendwie mich da richtig gut versteht oder der dann genauso denkt. Das sind, glaube ich, so die meisten Momente. Warst du manchmal erstaunt, dass er etwas ausgesprochen hat, was dir so durch den Kopf ging? Ja, es ist echt oft vorgekommen, aber ich war nicht erstaunt darüber. Es ist einfach so passiert und es war irgendwie natürlich und ich habe das auch so erwartet. Der Doc-Film über den Tod deines Bruders, Philipp, making back a real life, lief noch vor kurzem in den Kinos. Und da sieht man wirklich Leben und Tod deines Zwillingsbruders, Philipp, er starb am 9. Juni 2021 an Lymphdrüsenkrebs. Ich habe ihn noch kennenlernen dürfen, ein grosses Privileg. Und du bist Teil des Films und hast aber im Vorfeld dieser Sendung uns gesagt, du möchtest gewisse Szenen dir nicht mehr bewusst anschauen. Warum eigentlich? Ich glaube so, dass die Erinnerungen einfach an die Szenen nicht so schön sind. Also es sind ja viele Szenen auch in der Doku, wo Philipp einfach krass leidet oder gerade auch die Sterbesszene am Ende. Das ist nicht so das, wie ich Philipp in Erinnerungen behalten will oder was auch für mich irgendwie... Also schön ist, sich das anzugucken. Das ist für mich schon ein bisschen schwierig. Genau, von daher ist es, also ich will Philipp so als lebensfroren Menschen und die ganze Krankheitszeit war ja mega lange, wo es ihm echt verhältnismäßig gut war, auch als wir das letzte Mal in der Sendung waren. Ja, da ging es ihm ja wirklich echt gut. Und ich glaube, ich will ihn so in Erinnerung behalten und da denke ich gerne dran zurück. Aber die Szenen muss ich ja nicht unbedingt tausendmal sehen. Ja, das ist verständlich. Kannst du noch mal ganz kurz etwas sagen, auch zu der Story mit deiner Schwester? Du hast also schon zwei Geschwister verloren, was auch aussergewöhnlich ist. Damals mit diesem Flugzeugabsturz, wie das gelaufen ist? Das war an sich so, dass wir ein Bekannter von uns ein Flugzeug hatte, ein kleines Unterleicht Flugzeug. Also ganz normal und wirklich nichts Besonderes. Und da hat er so einen kleinen Rundflug gemacht. Erst sind wir alle mitgeflogen und dann wollte Ali nochmal eine Runde mitfliegen. Und die sind dann abgestürzt. Man weiß bis heute nicht so ganz genau, warum. Genau, aber es war natürlich schon ein echt ziemlich großer Schock, weil man mit sowas einfach nicht rechnet. Also ich glaube, gerade in dem Alter habe ich mich auch noch nie mit dem Thema Tod so auseinandergesetzt. Und das war schon wirklich sehr krass. Dass ihr als Real-Life-Guys weitermacht nach dem Tod von Philipp, das war glaube ich immer klar. Also was ich so mitbekommen habe. Ist es auch eine Kraftquelle, wenn man Projekte haben kann, wenn man für andere da sein kann? Oder ist es auch ein Stück weit Ablenkung, fast ein bisschen Flucht in solchen Situationen? Also positiv gemeint natürlich. Ja, ja, ich glaube alles ein bisschen. Ich glaube, was ich bei Ali auch ganz krass gemerkt habe, da wusste ich auch überhaupt nicht, wie sollen wir das jetzt machen? Sollen wir jetzt mit YouTube weitermachen oder nicht? Und irgendwie ist es ja auch komisch, dann einfach so weiter irgendwelche lustigen Projekte zu machen. Also es fühlt sich ja irgendwie ein bisschen falsch an. Und trotzdem war es so, dass ich gemerkt habe, in dem Moment, wo wir, weil es ja auch unser Job war einfach, und wir sonst ja auch jetzt nichts gemacht haben, wenn wir dann kein Video gemacht hätten, dann kommt er ja komplett aus seiner Routine raus. Und ich glaube, in so Situationen ist es irgendwie gut, eine Routine zu haben, die irgendwie so den Alltag am Laufen hält, dass man nicht komplett so aus dem Alltag rausgerissen wird, sondern dass es irgendwie so weitergeht. Ich glaube, das ist schon etwas, das einem hilft. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Flucht, aber eine Ablenkung ist auf jeden Fall auch. Und ich meine, ihr seid die ganze Zeit auch für andere Leute. Mir hat das total imponiert, wie ihr euch da eingesetzt habt, zum Beispiel bei der Flutkatastrophe, die auch in verschiedenen deutschsprachigen Ländern auch wahrgenommen wurde. Was kam die Anfrage von aussen oder war es eure Initiative? Ich habe die Initiative sogar über einen Freund gekommen, der da auch ein bisschen Connections in die Richtung hatte. Er hat dann gemeint, das wäre ja was, was man machen könnte. Und an sich bin ich da auch immer sehr dankbar dafür, weil ich finde so Projekte, wo man wirklich Menschen hilft, fühlen sich ja irgendwie auch am sinnvollsten an. Also ich würde tatsächlich auch gerne viel mehr so Projekte machen. Auch für irgendwelche Leute, die jetzt im Alltag irgendwas gebrauchen können, irgendwas Sinnvolles zu bauen, ist aber ich gar nicht so einfach. Also was zu machen, was irgendwie spektakulär ist, weil auf YouTube muss es spektakulär sein, aber gleichzeitig auch sinnvoll ist, ist gar nicht so einfach. Und wenn dann so eine Situation kommt, dann sind wir auf jeden Fall immer am Start. Und da waren wir dann mit insgesamt 800 Helfern da und haben eigentlich Stamm geschippt. So viel mehr haben wir nicht gemacht. Einfach ganz viel Müll rausgeräumt. Du machst ja kein Geheimnis daraus, dass der Glaube dir Kraft gibt, Inspiration ist, Basis in deinem Leben. Hat sich deine Beziehung zu Gott verändert durch die ganze Geschichte mit deinem Bruder zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, vorher hatte ich mehr so ein Bild von Gott. Nicht, dass er jetzt so ein Wunscherfüller ist, aber dass ich in gewisser Weise mehr eine Vorstellung davon hatte, was ich mir erhoffe, dass Gott macht. Also mehr, dass Gott auch meine Gebete erhört und so weiter. Und ich glaube, da habe ich mittlerweile mehr einen anderen Blick drauf, dass ich denke, dass oft auch die Sachen, die wir uns gar nicht hätten vorstellen können, also gerade bei Philipp war es natürlich so, dass mein einziger Wunsch war, dass Philipp gesund wird. Und trotzdem hat, denke ich jetzt, Gott am Ende was Gutes draus gemacht. Also hat Philipp ja genauso gesehen, dass er gesagt hat, ey, wenn es einen Menschen gibt, der dadurch irgendwie zu Gott gefunden hat oder der dadurch aus irgendeiner Krise rausgekommen ist, dann hat sich das für ihn ja schon gelohnt. Und ich glaube, sowas hat Gott da vielleicht einfach mehr im Blick gehabt. Und ich glaube, da vertraue ich jetzt Gott ein bisschen mehr. Und ja, ich glaube, ich habe nicht mehr so die Vorstellung davon, was jetzt unbedingt das Gute und Richtige ist am Ende, sondern ich sage, ey, Gott wird es schon irgendwie so machen, wie es passt. Und wenn es nicht das ist, wie es jetzt für mich das Schönste ist, dann hat er zumindest hoffentlich einen Plan dahinter. Auch wenn es nicht nach deinen Vorstellungen läuft. Also gut, wenn man so Familien hat, wenn man so Real-Life-Guys um sich um hat in einer Situation, wo es einem gar nicht gut geht, wo Krankheit ins Spiel kommt. Und du warst da ein ganz wichtiger App-Pfeiler. Aber auch Janett, die beste Freundin von Philipp. Und sie kommt immer wieder im Film vor. Herzlich willkommen, Janett. Danke, dass du dabei bist. Du kommst im Film auch sehr prominent vor. Bist du da zu sehen? Und du hast Philipp bis zum Tod begleitet. Vielleicht auch noch seine beste Freundin. Wart ihr denn in einer Beziehung? Oder ist das nur meine Neugierde, die das fragt? Also die Frage wurde tatsächlich sehr oft gestellt. Wir waren in keiner Beziehung. Aber genau. Einfach enge Freunde, weil wir, glaube ich, so die engsten Vertrauten voneinander waren. Oder einer der engsten. Es gibt natürlich auch viele Freunde von uns, die Philipp auch so als ihren besten Freund gesehen haben. Aber genau. Ich habe viel geteilt ihm gegenüber. Er hat mir viel geteilt. Deswegen hatten wir schon ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis. Wie hast du Mickenbackers kennengelernt? Ich habe die Jungs zusammen mit Elli 2018 kennengelernt. Ich glaube, das war ungefähr zwei Wochen, bevor Elli ihren Abschluss hatte. Und eine Freundin hat mich damals mitgenommen zu so einer Winterverbrennung. Da haben wir oben im Wald Weihnachtsbäume verbrannt nach Weihnachten. Ah, die Winterverbrennung? Genau. Okay. Das kenne ich fast nicht. Ich glaube, das gibt es öfter mal im Dorf. So symbolische Rituale? Ich glaube, symbolisch weiss ich gar nicht. Aber ich glaube, die Jungs fanden es einfach cool, dass Weihnachtsbäume echt gut brennen. Okay, gut. Und dass man die gut aufeinander türmen kann und dann halt irgendwie ein cooles Feuer hat. Genau. Und da habe ich die Jungs damals kennengelernt und fand es auch irgendwie cool, dass sie eine grosse Faszination für verrückte Dinge haben. Und ich glaube, irgendwann hatte mich Philipp dann mal angeschrieben und meinte so, hey, wir wollen jetzt ein Baumhaus bauen, auch so ein bisschen für Elli, weil sie sich immer gewünscht hatte, eins zu bauen und dass ich ja mal vorbeikommen kann. Und genau, ab dem Tag war ich dann eigentlich immer öfter dabei. Und dann auch die Situation, die mir wirklich geblieben sind aus dem Film, wo du zum Beispiel Philipp im Spital besuchst. Ein ganz starker Auftritt, da habe ich noch ein, zwei Fragen dazu. Aber da wollen wir mal in den Film reinschauen zuerst. Mhm. Guck mal, da möchte ich die mal ein bisschen in den Schweiß. Ich gucke mal, wenn du schimpzt die ja nicht im Spiel. Ja. Guckst mal ein bisschen was. Das stimmt doch viel, oder? Hey. Ich kann so viele Nachrichten bekommen, ich soll dich auch von so vielen Leuten grüßen, ich kann dir schon gar nicht sagen, von wem allen. Was hier alle an dich denken. Hallo. Hallo. Ganz eindrückliche Bilder und ich habe einige Leute kennengelernt, die Menschen verloren haben. Die hätten sich gewünscht, dass jemand bei ihnen wäre. Ihr habt das so grossartig gemacht. Wenn man dir so zuschaut, hat man den Eindruck, eine gewisse, bei aller Trauer und Schwierigkeit der Situation, Leichtigkeit, Zuversicht, Präsenz im Moment, hast du da besonders Kraft bekommen durch deinen Glauben oder bist du einfach so, dass du mit schwierigen Situationen echt gut umgehen kannst? Also ich würde sagen, kurz nach dem Tod oder halt auch gerade in der Zeit danach ging es mir schon nicht so gut. Ich habe da auch viel Zeit für mich gebraucht, einfach weil ich teilweise auch so ein bisschen wütend auf Gott war, dass irgendwie gefühlt ganz Deutschland für Philipp betet und dass es ja auch irgendwie ein krasses Wunder gewesen wäre, wenn diese Gebete erhört werden würden. Und natürlich habe ich mir auch gewünscht, dass er eben gesund, also wieder gesund wird und er hat ja auch viele Freunde, seinen Bruder, seine Familie hinterlassen. Aber ich glaube gerade, weil ich viel Zeit auch so mit Gott verbracht habe und irgendwie gemerkt habe, dass ich auch einfach ganz viel Dankbarkeit spüren kann in der Situation, weil ich weiß so, Philipp hat uns sehr, sehr viel mitgegeben. Ich glaube, die ganzen Projekte hier mit den Real Life Guys, die sind auch irgendwie alle sehr präsent bei mir und er hat ganz, ganz vielen Leuten Hoffnung geschenkt und das macht er auch immer noch. Ach, ich kriege bis heute oder wir kriegen bis heute noch Nachrichten von Leuten, die immer noch die Videos schauen oder gerade irgendwie auf YouTube gekommen sind und irgendwie uns mitgeben, wie viel Hoffnung, wie viel Kraft sie dadurch bekommen. Oder auch allein die Beerdigung wird von so vielen Menschen gesehen, die gesagt haben, boah, das war so eine schöne Beerdigung. Und halt einfach ganz viele Leute, die sich überhaupt erst mit dem Tod befassen. Wir gehen mal kurz zurück ins Jahr 2021. Damals hatten wir die erste Sendung aufgenommen mit dir und mit Philipp. Und es gab damals eine Szene, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Da wollen wir mal reinschauen. Philipp, ich bin irgendwie nicht so schnell sprachlos, aber das bin ich jetzt in diesem Moment schon ein bisschen. Weil du da sitzt. Krebs im Endstadium, einen Tumor mit Herz und Lunge verwachsen. Eine relativ düstere Prognose, die Chemo, die nichts mehr bringt. Du könntest jederzeit tot umfallen. Du auch. Ja, in der Theorie, genau. Das stimmt ja. Aber ich bin mir das nicht so bewusst. Typisch. Wenn ich das jetzt bringe. Ich finde, man zieht so ein bisschen ins Gesicht, dass er kurz überlegt. Wie recht er gehabt hat in der Situation. Ich weiss noch, wir hatten vorher, kurze Zeit vorher, noch zusammen Pizza gegessen an dem Abend. Und irgendwie, das war so eine ganz spezielle Situation. Du weisst nicht, ob du dich wiedersehen kannst. Und dann kommen solche Momente. Aber der ist mir extrem geblieben. Wurde es euch in der Situation der Begleitung auch persönlich etwas bewusster? Ja, tatsächlich. Es kann sein, dass ich morgen nicht mehr da bin. Oder schiebt man das wieder doch auf die Seite und sagt, das ist jetzt halt eine spezielle Situation. Gute Frage. Ich glaube, der Tod ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr viel realer geworden. Und ich glaube, dass ich das Gefühl habe, dass das Leben sehr kurz ist seitdem. Also sonst denkt man irgendwie als junger Mensch so, okay, das Leben ist unendlich lang, ich habe so viel Zeit. Bei mir ist es auf jeden Fall ganz krass so, dass ich seit Ellis Tod schon, aber seit Philipps Tod noch mehr, wirklich täglich, glaube ich, diesen Gedanken habe, dass es jederzeit vorbei sein kann. Oder dass ich den Tod so sehr als reale Option sehe. Also ich glaube, auch bei den ganzen verrückten und gefährlichen Sachen, die wir früher gemacht haben, war das für mich nie eine Option. Also als wir unser erstes U-Boot gebaut haben, das war auf jeden Fall lebensgefährlich. Und ich habe trotzdem, es war einfach nicht greifbar. Ich habe gedacht, das passiert schon nicht. Das wird halt nicht, es wird nicht passieren. Und mittlerweile ist es auf jeden Fall anders. Da habe ich das viel mehr so auf dem Schirm. Jetzt, ihr habt Sterbebegleitung auf Social Media gemacht. Also wenn ich jetzt an den Film denke, aber auch laufend war das zu sehen, auf Chats und so weiter. War das klar von Anfang an, das ist das Ziel? Wir wollen Menschen mitnehmen bis zum letzten Moment? Oder gab es einen Moment des Zweifels? Wie weit können wir da gehen? Ich glaube, wir haben da nie so wirklich komplett drüber nachgedacht. Also ich glaube, wir sind generell Menschen, die nicht so viel planen, sondern einfach so einen Tag hineinnehmen. Und am Anfang hat sich das richtig angefühlt. Ich glaube, ganz am Ende war sich selbst das Kamerateam so nicht mehr sicher, ist das jetzt wirklich, also sollen wir wirklich bis zum Schluss filmen? Ich glaube, da haben wir dann erst in der Situation wirklich so drüber nachgedacht oder das realisiert. Ich habe vom Kameramann in einem Interview die Sequenz gesehen, wo er sagt, ich war mir da plötzlich nicht mehr sicher, ob ich jetzt noch weiter filmen soll. Und Philipp hat ihn ermutigt dazu, mach weiter. Ist das so gelaufen? Ja, es war wirklich so. Also ich glaube, er hat einfach aus so Respekt, keine Ahnung, gesagt, okay, er schalt die Kamera jetzt aus. Und Philipp hat es mitgeklickt, hat dann gesagt, filmen bitte weiter. Und ja, also ich glaube, das war sein Ziel so. Er wollte ja, dass sie dabei sind bis zum Schluss. Und von daher hat er sich das dann auch nicht anders überlegt. Ich finde es total mutig und auch hilfreich, das alles zu zeigen. Aber könnt ihr auch damit umgehen, wenn Leute das kritisch sehen? Ich weiß nicht, ob solche Leute sich bei euch melden. Die sagen, braucht es das wirklich so bis zum Schluss, solche Bilder zu zeigen? Ja, 100 Prozent. Also es gab jetzt tatsächlich relativ wenig Leute, so von dem, was ich jetzt mitgeklickt habe. Aber ich kann es also 100 Prozent nachvollziehen. Ich habe mich jetzt auch, als ich den Film gesehen habe, so gefragt, ist es was, was man wirklich zeigen muss? Oder ist es was, was man zeigen darf? Oder sollte es dafür dann noch eine stärkere Altersbeschränkung geben? Weil ich glaube, normalerweise ist sowas irgendwie schon ein Tabu. Und ich kenne auch sonst keinen Film, wo, also es gibt ja so gestellte Filme, natürlich viele, wo irgendwas, in Spielfilmen sterben ständig irgendwelche Leute. Aber da ist es was ganz anderes, als wenn du real zuschaust, wie tatsächlich jemand stirbt. Von daher, ich glaube, es gibt da auch keine wirkliche Antwort drauf, ist es was, was man zeigen darf oder nicht. Ich glaube trotzdem, dass es am Ende irgendwie ganz gut ist, weil es ein Thema ist, was jeden irgendwann angibt. Und was ist, was jeder irgendwann erleben wird. Und ich glaube schon, dass es da irgendwo auch was Gutes ist und irgendwie vielleicht hilfreich, wenn man einmal das so gesehen hat. Aber ich kann es 100 Prozent nachvollziehen, wenn Leute sagen, sie sehen das kritisch. Plötzlich habe ich ganz viele Leute gekannt in Kirchen und Gemeinden, die gesagt haben, ja, das hat uns bewegt und wir haben fast jeden Schritt verfolgt. Welche Art Reaktionen sind bei euch eingetroffen, die vielleicht besonders eindrücklich waren? Ich habe sehr, sehr viele Rückmeldungen erhalten. Ich glaube, auf alle konnte ich auch gar nicht eingehen. Gerade am Anfang, ich glaube, da haben wir aber auch, ich meine, das ist ja ganz normal, wenn jemand verstirbt, da wird man jetzt nicht viel Zeit am Handy sein und sich alles durchlesen, was Leute schreiben. Aber ich glaube, mit der Zeit habe ich dann auch einiges mitbekommen. Viele Sachen auch dann privat, wenn ich in Gemeinden war, sind Leute auf mich zugegangen. Und ich würde auch sagen, ganz viele, die halt wirklich krank waren, die das gesehen haben, da irgendwie nochmal Hoffnung bekommen haben. Leute, die irgendwie depressiv waren, die sich gefragt haben so, boah, da sitzt ein junger Mann, der ist krank und er würde gerne leben. Und ich habe die Gedanken, dass ich mich vielleicht auch gerne umbringen möchte. Und ich habe aber einen gesunden Körper. Und die sich dann halt so hinterfragt haben, wie kann dieser Mensch so viel Hoffnung haben und so viel Lebensfreude. Genau, also wirklich die verschiedensten Leute, die sehr berührt waren von der Geschichte. Was hat dich am meisten bewegt, also von Rückmeldungen, Reaktionen, die du mitbekommen hast? Boah, da waren schon wirklich sehr, sehr krasse Geschichten auch. Also von anderen Leuten, die auch Krebs hatten natürlich, bis zu Leuten, die sich das Leben nehmen wollten und gesagt haben, durch die ganze Sache haben sie eine komplett neue Sichtweise gefunden oder auch dadurch, dass sie zum Glauben gefunden haben. Ja, hat das jetzt ihr Leben komplett verändert. Also da waren wirklich unglaublich viele richtig krasse Geschichten. Da kriegen wir auch jetzt noch Briefe und alles Mögliche. Bei meinen Eltern melden sich auch wirklich sehr viele. Finde ich auch richtig schön, die laden die dann auch oft noch ein und dann kriegt man das erst so richtig mit. Und da ist es echt so, dass die sich am besten drum kümmern, auf jeden Fall meine Eltern sind. Die sagen auch immer so, dadurch, dass sie jetzt zwei einen Sohnen verloren haben, haben sie ganz viele andere, so Enkelkinder oder so, mit anderen Kindern dazugewonnen, weil das halt die ganzen Menschen sind, die dadurch irgendwie ein neues Leben anfangen konnten. Und da, das finde ich wirklich sehr beeindruckend, wie die, also meine Mutter antwortet, glaube ich, wirklich fast jedem, der da was schreibt, dass auch wirklich hinter jedem, der sowas schreibt, dann auch echt, also wirklich eine Lebensgeschichte steckt. Ich glaube, oft realisiert man das gar nicht so, aber das ist schon sehr beeindruckend. Also wenn man sowas auslöst, das ist fast eine Lawine, die da im positiven Sinne ausgelöst wird. Du hast das jetzt zweimal bei Geschwistern erlebt, diese Situation, die Frage nach Sinn. Stellst du dir die? Warum musste das sein? Ja, 100 Prozent. Also gerade, weil wir ja so viel dafür gebetet haben und so weiter. Ich glaube, da ist dann schon so, dass man sich so denkt, ey, warum musst du das jetzt sein? Aber ich finde, also da wirklich auch das, was Philipp so oft gesagt hat, dass er dem Ganzen sogar einen Sinn abgewinnen konnte. Und wenn er das selber so gesagt hat, dann kann ich jetzt auch nicht anders reden. Dann würde ich auch sagen, irgendwo wird das Ganze seinen Sinn gehabt haben. Und ich glaube wirklich, weil ich glaube, dass es irgendwann eine Ewigkeit gibt und dass es dann nach dem Leben weitergeht. Und ich glaube, wenn man dann zurückguckt und so sagt, ey, die Jahre, die er jetzt verloren hat, die werden so wert sein im Gegensatz zu dem, was wir nachher dann später erleben. Also ich glaube, dass es im Himmel irgendwie dann so schön ist, dass man sich denkt, okay, die Jahre auf der Erde, da hätte ich auch drauf verzichten können. Und trotzdem habe ich oft Momente, wo ich so denke, ey, schon hart unnötig, so hätte ich nicht sein müssen. Also Real Life, wirklich Real Life bis zum Ende. Wie stellt ihr euch eigentlich beide das Danach vor? Wo er jetzt ist? Wo er jetzt ist? Ja. Okay. Was er jetzt tut? Also ich weiß, dass Philipp auch schon öfter in Sendungen gesagt hat, dass wenn er im Himmel ist, natürlich ist er dann bei Jesus und er freut sich da auch drauf. Und dass er sich auch vorstellen kann, dass es im Himmel fahrende Badewannen, fliegende Badewannen gibt und irgendwie alles, worauf er hier schon Lust hatte. Und er meinte ja auch immer zu uns, er freut sich natürlich, wenn er uns alle dann auch oben wieder sieht. Und ich finde, es ist eine schöne Vorstellung. Ja, ich finde es auch eine schöne Vorstellung. Also ich glaube auch, wenn ich mir überlege, dass Gott ja so die ganze Natur geschaffen hat und ich finde, auf der Welt gibt es eigentlich für mich nichts Schöneres als so die Natur. Dann glaube ich, dass es im Himmel auch jetzt nicht, also dass wir echt nicht auf einer Wolke rumschweben und Halleluja singen, sondern dass Gott da irgendwas Schönes auch irgendwie geschaffen hat. Und ich glaube, das Allerschönste wird wirklich sein, dass ich glaube, dass es dort alles Negative nicht mehr gibt. Also egal was, ob es jetzt Schmerzen sind, ob es jede Form von Leid, dass es die da nicht mehr gibt und auch nichts Böses und auch keine schlechten Gedanken und alles, was einen so belastet im Alltag, dass das alles nicht mehr da sein wird. Ich glaube, das wird das Krasseste, egal wie krass die Landschaft dann da ist. Wie geht es bei dir weiter jetzt konkret? Real-Life-Guys, verrückte Geschichten, weitermachen in der Beziehung oder hast du noch ganz andere Pläne? Ich plane sehr wenig. Genau, das ist auch so ein Punkt bei dir. Bei euch überhaupt, ja? Ihr seid ja nicht die grossen Planer. Aber so kann man auch spontan sein. Ja. Ja, da sind auch viele Vorteile drin. Planung ist der Kreativität im Wege. Ja, das ist ja 100 Prozent, denke ich schon. Okay. 100 Prozent vielleicht nicht, aber schon noch auch. Ja, du machst ja ganz was anderes. Da muss man sehr viel Planung machen, oder doch? Ja, stimmt. Sag noch zwei Sätze dazu. Genau, also ich bin auch viel bei den Jungs, bei den Projekten noch dabei, aber mache das ja nicht hauptberuflich. Und ich bin an der Uni, mache da meine Doktorarbeit und Lehre auch. Okay, da muss man auch planen und nachdenken. Da muss man auch planen, genau. Ja, aber du schmunzelst jetzt wieder, weil das ist genau so ein Punkt, der euch ja irgendwo auch ausmacht. Wenn man hier ist, hey, das ist Wahnsinn, wie man da mitgenommen wird von dieser Atmosphäre, von Kreativität und irgendwo auch Chaos. Irgendwo auch, das ist nett gesagt. Also ich frage dich jetzt nicht nach deinen Plänen, das wäre total daneben. Ganz herzlichen Dank für die Zeit. Danke auch. Danke auch, dass ihr uns mitgenommen habt in einer riesen Geschichte, die noch nicht zu Ende ist. Ja, danke auch. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie uns ERF-Medienfenster zum Sonntag, 83.30 in Pfeffiken oder ein E-Mail an tv.erf.ch Herzlichen Dank für das DBC. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Die Sendung wurde unterstützt von Spiecher Handwerk AG, Ihr Fachgeschäft für Naturbettwaren. Spiecher-Handwerk.ch Spiecher-Handwerk.ch